Die Discounter startet bald in die vierte Staffel. Seit der ersten Folge ist Rapperin Nura als Flora von Feinkost-Kolinski dabei. Ihre Figur bricht gern die Regeln und sorgt für Chaos im Supermarkt. Auch intime Szenen stehen für die 35-Jährige auf dem Programm, inklusive Sex-Szenen. Doch wie fühlt sie sich dabei? Ich gucke da nicht hin, weil das voll cringe ist. Aber drehen ist jetzt nicht so cringe, weil es halt einfach immer witzig ist. Nicht nur ihre Rolle ist rebellisch, auch privat hält sich Nura nicht immer an die Regeln. Sie gibt zu, ich klaue am Set regelmäßig. Klamotten, Coolies, Essen, was mittlerweile auch nicht abgelaufen ist. Und sie ist nicht allein damit. Aber auch alle anderen klauen extrem viel am Set. Wir klauen wirklich alle. Und das ist nicht mal gelogen oder fake oder so, sondern wir machen das aus Liebe. Neben Nura gehören auch Mark Hosemann als egozentrischer Filialleiter Thorsten zur Besetzung. Bruno Alexander spielt Titus, den Neuen im Team. Merlin Sandmeier verkörpert Jonas, den aufmerksamen Ladendetektiv. Die Discounter wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. In diesem Jahr gewann die Serie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Comedy-Serie. Die Mockumentary begeistert mit ihrem humorvollen Blick hinter die Kulissen eines Supermarkts. Fans können sich also auf weitere lustige und unkonventionelle Episoden freuen. Nura, die früher Teil des Duos SXTN war, genießt die Arbeit am Set sichtlich. Die neue Staffel verspricht wieder viele skurrile Momente und schräge Charaktere. Also einschalten und mitlachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017